So, ich würde sagen, wir machen mal ein Beschleunigungsvideo. Oh, rund voll durch. Jawohl, gib alles. 11 Sekunde. Also mehr wie 135 gehen wir denn auch, bis 120 gehen wir, das schafft man schon hier, wie lange gerade. 130, okay. Aber gut, gehen wir wieder runter. Super. Ja, beschleunigt gut. Kann man nicht meckern. Elektrisch halt, 122 PS, 245. Newtonmeter Tremont. Danke Auto aus Nora für dieses coole Auto. Review nicht vergessen, Assistenzsysteme ein...